ein wunderschönes hallo und herzlich willkommen zurück hier weiß die verdict und wir sind jetzt ganz kurz vor unserem aktuellen reiseziel in der letzten folge erfolgreich gestorben wie man das so von mir gewohnt ist auch mal ein bisschen zeug eingesammelt und gleich wieder schaden genommen und da unten ist das x da möchte ich jetzt unbedingt hin ja ich springe aber vorher noch mal hier schön in den schadensbereich rein und ja warte mal ich muss ganz vergessen mir die uhr zu stellen geht noch mal weg jetzt moment es geht gleich weiter so jetzt säurebad ja das meine güte ich stelle mir später dusselig an so dann kann man hier denken ach so kann man den stein irgendwie beiseite schieben wie mache ich denn das jetzt da unten hin was verraffe ich denn gerade da gibt es doch auf jeden fall wieder irgendeinen trick oder ich weiß nicht geht das wenn wir hier das geht nicht wie ich denn jetzt geht das geht das hier auch nicht okay es geht dann noch weiter nach unten da kommen wir dann in die höhle rein wo wir auch hin müssen wo führt denn der bruchweg der geht nach rechts weiter unten noch weg gibt es hier irgendwo ein durchkommen nach unten hier noch nicht vielleicht hier irgendwo zufällig ja das sieht doch gar nicht schlecht aus das war elegant kurze pause kommt tropfen noch mal ab fein ah ja okay super super dann gleich mal hinein maschine des desasters ja das klingt ja schon wieder richtig sympathisch dann machen wir die zweite maschine kaputt wir nähern uns unserem ziel und ein weiterer gibt klein bei ja es ist echt toll das ganze hier mit jemand zusammen zu machen nicht alleine zu sein wenn hey das war definitiv ein erdbeben ich dachte ein bäbchen muss von einer reaktion darauf sein dass wir das ding demoliert haben wenn wir rusty finden werden werde für alles zu reden werde ich ihn für alles zur rede stellen vermute ich mal ein kleiner schreibfehler keine sorge ich stehe hinter dir aber auch nur dort so okay dann fehlt ja nur noch ein ziel dann so dann können wir jetzt wieder zurück ich schaue auf die karte jetzt ist also unser nächstes ziel oh god dort hinten da ist jetzt halt erstmal die frage wie was für einen ansatz verfolgen wir da theoretisch wäre das von hier aus weiter nach unten dann würde ich sagen wir gehen jetzt mal dort zu der röhre gleich und schauen mal ob wir da noch irgendwie weiter kommen weil da da geht doch was nach unten da okay aufgabe erkannt so könnten natürlich jetzt auch noch mal weiter nach rechts gucken ob da noch mehr zu entdecken ist vielleicht noch eine röhre oder sowas hier können wir auf jeden fall noch mal ein bisschen schaden einstecken das ist doch eine klasse sache jetzt hier jetzt noch irgendwo hin sieht nicht so aus und wohin für dieser weg vielleicht noch zu einem artefakt ein geheimnis einen golden verbesserungsrädchen oder unendlicher macht nein so dann nehme ich aber das erz noch mit da unten noch mehr noch mehr noch mehr noch mehr so viel egal ich weiß ich bin ein bisschen nachlässig in letzter zeit ja da kommen wir nicht durch hm das bringt uns jetzt auch nicht so viel okay dann ist bald hier lang es nützt alles nichts ah Mist ich wollte die abschießen so aber das erz das das hole ich mir noch aua ein paar herzchen haben wir noch übrig diese penetranten glibber bazookas hier man halt doch mal auf jetzt da das möchte ich auch noch das möchte ich auch noch haben wir brauchen auch wieder kohle ja das war jetzt schlau so und jetzt mal aufpassen dass wir nicht zu viel zeit verplempern denn wie gesagt jetzt möchte ich eigentlich nur schnell zur nächsten röhre mei ich stelle mich gerade irgendwie echt dämlich an habe ich den eindruck hier ist doch noch irgendwas oder kommt jetzt enttäusche mich nicht oder auch nicht toll geil wow oder ist da noch was nee da geht es nur direkt ne 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 alles quatsch alles zeitverschwendung so schubrocke au ey ich gib mir mein meinen zaster meine moneten mein herz können wir da nicht durchfliegen ne na dann graben wir uns halt durch so da oben ist die röhre es ist nicht mehr weit ein kleines stück noch aber auch das gehört ja zum spiel dazu das muss ich mir noch holen wir brauchen die kohle für weitere geile upgrades und so warte mal den können wir uns ja auch noch holen wollen wir aber nicht so sein wenn wir schon hier sind so und dann kommen wir nämlich auch gleich hier durch klatsch und schütz ach ich mache mir irgendwie den weg schwieriger als er sein müsste habe ich den eindruck super vielleicht noch mehr schaden fressen weil ich so schlau bin auch ich würde jetzt nur da hoch kann man da nicht irgendwie äh und jetzt lieber schubacki die heute noch ankommen ja dann hoffe ich mal dass wir jetzt warte mal wir gehen einmal zur oberfläche und verkaufen noch kurz bevor uns das schicksal wieder dahin rafft so gibt mir mein geld für meine 900 ist nicht so viel da brauche ich glaube ich noch nicht nachschauen so jetzt hier nach rechts und dann hoffe ich dass wir dort ein weiterkommen haben jetzt der weg da rechts brachte uns nicht weiter da waren wir ja schon mal so weit ich mich entsinne wenn ich das jetzt nicht verwechsel ich gehe jetzt erstmal ganz nach links weil da habe ich gesehen da ging irgendwie eine art weg nach unten auf der map oder bin ich schon vor das ist hier ach so na toll dann doch vielleicht weiter nach rechts gibt es hier noch irgendwo ein trick oder bin ich hier komplett falsch das ist die frage ähm ähm haben wir das nicht schon mal gemacht das haben wir doch schon mal gemacht den quatsch oder bin ich jetzt oder verwechsel ich das jetzt sieht das so ähnlich aus oder habe ich ein déjà vu oder jetzt wirklich gerade verwirrt nee hier waren wir schon mal hier waren wir schon mal da brauche ich nicht noch mal nachschauen das könnte ich jetzt noch mal probieren um da noch ein Artefakt zu holen aber das bringt uns jetzt hier nicht weiter die frage ist wo geht es denn jetzt hier lang ok was haben wir davon jetzt irgendwie nicht sehr viel hier kann man durchgang schaffen toll und wenn wir was halten könnte man das ding da oder komme ich da so an warte mal vielleicht bin ich hier so an die kannte ja wohl ok toll bringt uns jetzt aber auch nicht so wahnsinnig viel hier links ist auf der karte noch ein weg zu sehen aber da oben da müsste ich irgendwie auf eine tour und ne ok muss ich von der linken seite dann kommen ja brauchen wir wieder licht schön toll so jetzt schaue ich hier oben noch vielmehr bleibt mir nicht übrig außer hier alles abzugrafen jetzt haben wir kein licht und sehen gar nicht ob da irgendwas zum aufmachen ist toll nee hier nicht und was haben wir auch keins mehr ist ja super ja ich glaube ich muss gleich mal irgendwo licht tanken gehen komm da her du ich gebe dir dreckig von unten au ok der ist auch hinüber ich sehe jetzt gerade nicht allzu viele möglichkeiten außer hier halt nochmal zu schauen ok haben wir jetzt eine abkürzung geschaffen das bringt uns jetzt auch einen feuchten kurz geht es hier noch irgendwo weiter nach rechts ich habe das gefühl ich stehe gerade total auf dem schlauch so ein bisschen au irgendwas muss ich doch hier noch übersehen wo ist der trick hier hier geht es auch nicht weiter komm hau ab hau ab au ja das war auch wieder gut das bringt ja auch nichts ja wie oft will ich denn jetzt noch eins bin ich vollidiot hm waren wir in der hülle noch nicht drin jetzt bin ich verwirrt hä ich war da meine hier wären wir schon mal gewesen nein nicht ok ach so da in der mitte ok klatsch auch gut das war ja einfach schön jetzt komm holen wir uns das ok das ist schön da freue ich mich aber bringt mich jetzt bei der zielsuche auch nicht weiter wie gesagt ist eine schöne sache da will ich auch gar nicht meckern über so ein verbesserungsrädchen aber wo geht es denn jetzt weiter ich sehe echt noch nirgends wohin durchkommen hier ist auch nur wieder die röhre ich schaue noch mal kurz auf die map können wir da noch weiter nach rechts vielleicht irgendwie habe ich gesagt ich weiß es nicht ich würde jetzt wie gesagt noch mal ganz nach oben gehen schauen ob wir dort nach rechts noch weiter kommen und wenn das nicht der fall ist dann müssen wir halt unten noch mal irgendwie einen anderen mechanischen ach guck mal das mit der stelle habe ich das vorhin verwechselt genau hier war das daran habe ich mich erinnert gefühlt ja komm geh mal ein stück weiter ich will nur zur sicherheit noch mal nachschauen genau hiermit habe ich das verwechselt hier kommt mein deja vu her so jetzt schaue ich hier trotzdem noch mal auch nicht erkundet ich dachte wir wären hier schon mal gewesen es geht ja anscheinend ein bisschen auf zeit dann beeile ich mich mal schnell durch wir haben keine zeit zum warten die laba kommt unaufhaltsam gibt es hier noch ein geheimnis schnell weiter da unten kommt die laba und folgt uns auf dem schritt so ich hoffe ich habe jetzt kein geheimnis übersehen zwar wieder im tempel des zerstörers sehr verwirrend da geht es nicht weiter was passiert wenn ich hier runter gehe ist das ein fehler es könnte etwas warm werden ach guck mal ah ok na dann war das ja doch gut dass wir hier herum geeiert sind wie mies und tricky ok gut also müssen wir hüllen finden und in jeder hülle scheint so ein mechanismus versteckt wo sind wir denn jetzt jetzt wäre hier oben aufblasbarer freund hier okay ein artefakt cool aber ich jetzt wieder runter hm jetzt war wieder hier ok also die höhle da rechts die haben wir jetzt gemeistert die in der mitte haben wir auch drei und da ist auch noch eine ich würde jetzt einfach mal alle noch mal abklappern da gehen wir aber zur röhre und dann schauen wir mal ob bei irgendeiner noch ein fragezeichen ist ich dachte ich hätte damals schon alle gemacht aber anscheinend lag ich da falsch jetzt gucke ich hier nochmal da ist auf jeden fall kein fragezeichen aber da waren wir da nicht gerade drin hier waren wir doch gerade drin genau ja ok ok die haben wir abgegrast die da unten rechts weiß ich die haben wir da würde ich jetzt links bei der röhre dann nochmal nach der hülle schauen so genau da möchte ich mich nicht sicher aber ich denke dass wir dort auch schon gewesen sind das auch kein fragezeichen gäbe es denn sonst noch doch ja guck hier ist alles aufgeckt hier waren wir schon aber haben wir hier den mechanismus vielleicht noch zu betätigen ist die frage ja ich bin mir nicht ganz sicher ich versuche jetzt mal hier nach links zu gucken ob wir da noch irgendwie nach oben können hier zum beispiel bringt uns das irgendwas kommt her du Vieh das sieht nicht so aus ne da haben wir auch nicht viel von hmm da links die hülle haben wir die schon guck mal da unten sind die sind abgehakt das verwirrt mich halt da irgendwann der blaber vielleicht kann man da noch weiter rumfliegen ich gehe da mal schauen ich tue mich jetzt gerade echt schwer wo könnte dieser andere mechanismus sein scheine ja doch recht weit verteilt zu sein da rechts ist sonst aber auch nichts die hülle da waren wir schon drin ich gucke jetzt einfach mal unten ob es hier noch einen weg weiter gibt da und dann da ich glaube damals hatten wir noch die raketenschubdüse noch nicht besessen ich schaue mal ach guck mal an hopps aha interessant geht es hier noch weiter hoch aha ich akzeptiere die challenge mal gucken ob hier noch irgendwas weiteres zu erkunden ist aha ein goldenes wie kommt man da hin ach krass okay cool geil nur das war ja nett uh jetzt wird es warm okay na dann schauen wir mal wo wir jetzt hier hinkommen immer weiter okay da können wir uns hinstellen unten zur not aber das brauchen wir gerade nicht aber vielleicht doch so okay die herzen nehmen wir mit da sage ich doch nicht nein jetzt echt mal ich hoffe das ist der richtige weg hier keine ahnung wo wir jetzt hier hinkommen ja das war nicht so schön getimt bitte lass das zum richtigen weg sein weil sonst bin ich echt ratlos so jetzt geht es geht es hier nach unten noch ja da zeigen auch pfeile hin oh Gott so viele wege wieder hier nach unten wäre prinzipiell erstmal gut schauen wir gerade ob es hier noch weiter geht das sieht nicht so aus nö okay dann gehen wir mal nach unten aber immer ein bisschen vorsichtig ui hier geht es tief runter könnte das vielleicht der richtige weg sein ich habe ein bisschen hoffnung auf jeden fall gibt es hier erstmal eine röhre das ist gut der gewaltige lava fluss ja das holen wir uns wie schöne diamanten ist hier noch irgendwo nein da sollte man nicht runter in ordnung ich wollte ja nur mal schauen gibt es hier noch irgendwas das war jetzt zwar nicht so geplant aber okay ist okay für mich räumen wir mal ein bisschen auf ich glaube da soll ich unter dem platz machen dann müssten wir doch eigentlich durch donnern genau frage ist jetzt müssen wir die ganzen stein dinger hier auslösen ich versuchte mal auf auszulösen weiß nicht ob es was bringt zum teufel sind wir denn hier wir sollten langsam etwas vorsichtiger sein klatsch ich weiß gar nicht ist das so richtig wo wir hier lang gehen oder nicht ich habe echt keine ahnung ja jetzt geht ihr mir mal bitte nicht auf den sack das ist jetzt ungeil unschönes timing jetzt gehe ich doch den ganzen weg wieder zurück ich idiot oder da geht es auch noch irgendwo lang bitte kommen wir nicht so nah geh weg da können wir noch irgendwo durch oh wieder ein geheimnis cool ja da kommen da holen wir uns das ok hier wieder irgendwas mit schalter action so geht das auf zeit der geht jetzt runter und da fällt er doch auf den auf die dingens dachte ich anscheinend müssen wir jetzt hier noch das laufband irgendwie aktivieren oder was bringt das hier nix so da geht es dann auf ja wie klingt das jetzt warum kann ich das nicht schieben ich kann es nicht schieben warum kann ich nicht zu verarschen ich kann das nicht schieben muss ich doch irgendwie das ding anstellen wahrscheinlich oder ach so auch ich bin so blöd ja ok bin ich dumm entschuldigung ok da kommen von oben dann zurück und das würde sich dann auch mal lohnen wieder verkaufen zu gehen geht das auf zeit ich hoffe nicht der uncool wenn wir jetzt totgeschlagen werden von den kisten platz da ist ein hebel einfach mal alle hebel ziehen ok bleibt die so oben ja ich glaube schon jetzt ja ja geil man bleibt das unten stehen gar nicht ok jetzt los jetzt geht es runter jetzt mal hier weiter ich hoffe das ja wohl das müsste doch klappen ja und jetzt hier wahrscheinlich noch mal ein ähnliches verfahren ich glaube das war gut jawohl jetzt kommen wir hier durch ach so war der hat da oben habe ich jetzt aber nix übersehen weil ich die mini map nicht aufgedeckt habe ne in ordnung ja wir schauen lieber noch doch 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 irgendwas sehe ich doch da oder da oben ist doch noch was da komme ich aber nicht ran verdammt mhm egal passt schon es wird schon zu passen so okay ich weiß jetzt nicht was passiert wenn wir die hebel benutzen deshalb benutze ich ihn ja okay wow toll sehr beeindruckend so okay dann haben wir das schon mal erledigt haben wir wieder ein verbesserungsrädchen immerhin war jetzt mal nicht so der plan wo sind wir denn jetzt hier eigentlich geht davon nach oben und jetzt sind wir hier liegen okay das ist der weg ja doch richtig ganz schön crazy aber wir müssen wir erst mal beiseitigen kommt weg jetzt schnell hier durch das nicht glück und das nicht unglück klatsch passen wir da einfach hier durch warte mal den müssen wir uns schnappen ahhh uh puh ich frage mich jetzt müssen wir die ganzen steindinger hier auslösen ist das wichtig oder scheißegal da bin ich mir halt noch nicht so ganz im klaren von dem möchte ich mich ungern treffen lassen so viel dazu haben wir auch hier durch zu feuern alter ich muss hier weg nein 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 ach scheiße dann können wir aber noch mal schauen was es hier an verbesserungen zu nutzen gibt die könnten wir noch mal erhöhen rucksack verbessern den wassertank um deine wasserserbe zu vergrößern das machen wir mal weil den nutzen wir eigentlich auch öfters jetzt druckbomben weiter werfen zu können vielleicht vielleicht hilft uns das ja so und jetzt haben wir noch fünf zahnrädchen durch druckbomben zerstörte felder hinterlassen eine zusätzliche wassertank um das ist das nehmen wir erlaubt ist jemand des flugs druckbomben zu werfen das wäre geil brauchen wir aber druckbombe rang 4 und dafür brauchen wir stufe 14 auch das bringt uns nicht zu kommen das können wir mal machen verbessert die anlaufzeit haben nur noch ein rädchen übrig das passt erstmal so ok dann noch mal zurück und ja ich würde sagen wir machen hier an dieser stelle dann in der nächsten folge weiter tut mir leid dass das jetzt so ein bisschen gesuche waren gesagt wir machen hier dann weiter auf diesem wege und da hoffe ich dass wir da zum ziel kommen ich habe keine ahnung ob das jetzt richtig oder falsch ist ich kann bevor ich jetzt zum ende kommen noch einmal hier runter schauen ok hier ist es warm und ja wie gesagt danke fürs zuschauen und wir sehen uns in der nächsten folge freunde